jo leute was geht willkommen zu diesem video auf jeden fall möchte ich erst mal erst sagen sorry dass ich die antwort vergesse ich nur das ganze war ein live stream wir haben mal wieder einen clan fight gegen den bz-clan und ich wünsche euch ganz viel spaß mit den highlights aus dem live stream viel spaß hahaus jonas du bist villa ich soll uns auch nicht töten der ganze black gegen gegen bz-clan die feiten ja auch gegeneinander und da kommen wir so alle in einer reihe anmarschieren mein bruder mein cousin mal andere cousin des cousins des cousins dein vater geht um nein warte mal top einer von bz-clan schaubmann stream kannst du vielleicht ja nein die größte ist nicht da das dem ich bin level 1 auf diesen account ich habe schon viele reichen die zeit nächste woche machen wir als dass sie haben wir uns überkommen jonas hat sogar gear gepupst sie haben die spaß nehme ich ich komme sonst zu dir bist du bist du noch hier unten bei dem bock bei dem bock ich darf jetzt auch ein hit geben ja okay komm her so ne so ne wof denn da kaum kein skin ist dann schenken wir was die die jätteforsche geila 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 da hast du nicht ausreichend wie wachs da hat er ihn bekommen dann hat er eben bekommen gibt es aber nicht zu zugeben wer redet hier also wir sind hier dieses stadt da mit diesen ganz vielen bäumen im a barbiker in a barbiver Zimper der Gegner Was habe ich ich habe nichts gemacht Oh 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 Da ist ein Gegner Du hast mich angeschossen Null Null Cool Noxie Noxie du Hund Ja Noxie ist einfach besser als du ne Du Wuren Teamte oder wat Ne wir teamen nicht Wir haben uns nur übersehen Wir sind zwar in einer Party aber wir teamen nicht Jonas hau ab Jonas hau ab Jonas hau ab Sofort verloren Daniel Daniel darf nicht mitmachen Ach ja übersehen Juni ihr seid mehr als wir ist teamen bitte erlaubt dieser Ihr seid zwei mehr als wir Ah Nein Das gab Gabriel 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 ist der Hasenskin Gabriel ist tot Hä Hä Solange Jonas und wir zuschauen dann ist es gut Du musst aber mit Du musst aber mit Mal jetzt nicht den leeren move Auf Und halt die was jetzt hier beim klaren krieg dabei sind Halt auffüllen dann Das hat jeder mal die möglichkeit hat Das lässt du davon also ich finde die idee gut Dann habe ich auch mal wieder custom games gestreamt Leute das war es dann wieder für die nächsten 20 jahre mit custom games Hau rein In 20 jahren So Ja Leute ich habe es versprochen in 20 jahren mal wieder fort Nein Wir sind zwar immer noch in der season 4425 Aber yo Ok er ist dabei Ist schon mal vor es gibt irgendwann season 500 Das zone war solo Und der gewinner bekommt die V-Bucks Ah Ok 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 Das hört sich gut an So Oh 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 Sorry Ich bin einfach durchgefahren Was Nimm die mit Lass dich steig ein Wir müssen in die Zone Ciao Jonas Wir treffen uns in der Zone Oh Gott So war das geplant So war das geplant Okay Das musst du einstellen Das ist so Mein Faszien ist so geplant Warum Jetzt noch mal aufzuspringen Jeden Tag Vor allem wenn ich mit Gabriel zocke Der findet in der Runde ein bis zwei Alter hast du den Hast du den Ja das ist Risi Mittlerweile Der hast du den Ja bleib mal weg mit dem Der ist nicht mehr so gut Keine Ahnung Der ist noch mit Michi befragt Der kann doch nicht gut sein Oh Das Rauschen Im Hintergrund ist Deine Blasey Und du Einsteigen bitte Ja Wir springen auch gar nicht herum Versprochen Airbags Wo seid ihr So was So was wie ein Airbag existiert nicht Okay So was wie ein Airbag existiert nicht Ne Wir erscheinen höchstens Was gepatcht wurde Stargeist Aha Ein Airbag Und uns Sind welche Und uns sind welche so er hat mich gekillt aber ich habe ich glaube dass sie die schiebs und sohn er macht die medkit rotation bei fünft ist gleich 10 art x 8 art x wer so was geht kommt hoffentlich geht es so gut wie war dein tag ratze für sie und louis luis alter die maschine alter maschine ja wie geht es mir jetzt gut wie gibt es die maschine halt da und jetzt sind wir wieder bei no place mit am start no place ich kann dir nicht mit dem bogen er schießt er trifft und er bekommt ein riesen wird er kommt ein riesen wird wird er es schaffen wie wir es schaffen es auf 176 api wen hat hier digga race ist auf nicht mal 200 api ha 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 ja so digga finn alter er denkt sich auch nur so längst die maschine halte louis die richtig heftige maschine alter er ist so eine maschine dass er alles fehlt lebt er noch sie mit no place ich schaff es nicht zu gestation player nur ist die maschine luis die maschine mit 75 ap louis ist leichter das schaut nicht so gut aus für das team von flo wird es das team von flo noch schaffen und louis ist in endgame 5 gegner alive flo hat 400 flort fast 440 er hat wenig metz flor hat wenig metz die zone wird immer kleiner die zone geht jetzt die wanderzone die nächste sauer wird safe kannst du dich das kann so eine gute rotation machen aber der liebe no place macht nur schaff also die nächste sauer ist von das so flo ist down was und er stirbt jetzt an der zogen flo mit boden flo hau mit boden ab gg du dummer besser wer war das wer hat mich hier erschrocken als wer merkel hinter mir jetzt noch auslachen du dummer besser spaß du besser mann ok ich beruhig mich jetzt ab kopf ich bin stinkt hier ist ja eine atombombe in luft gegangen GG an den BZ-Clown, ich hab gewonnen Nächster war der Samstag Rewards Nächster war der Samstag Rewards für alle Auf jeden Fall Leute, hoffe ich das Video hat euch gefallen Falls ihr lasst doch gerne auch mal gerne ein Like und ein Abo da Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag Heute Abend live, haut rein und ciao Leute